Oh no! Nooo! Big O! Was hab ich gesagt? Dann bist du dumm! Wie soll ich gegen ein ganzes Squad und nen Bot gewinnen? Haben wir geheadshotet? Irgendwann nicht alle direkt vor der Flinte läuft Die sind nie vor die Flinte getroffen Aber ich hab einen Schuss veraimt Das ist traurig Ich raste hier auf Ah! Treffen! Boah, du bist so schlecht Ich hab die sogar cool Kann ich bitte einer rebooten? Bitte So hast du mir grad zugeschaut Nein, das ist mich jetzt voll schock Hier liegen überall Kronen und alles rum Ja, da sind wir alle Da kann ich mir auch noch eine Kronen abstauben Wir haben schon 5 Ticks Ich glaub das ist Wir kommen Idioten Alter, Wurstmann ist nie Paar Weißer Kronen Weißer Kronen Ne, also kann sich wenigstens einer versuchen Oh! Ich kann's nicht mehr versuchen Ok, aber trotzdem nennen wir das das Problem wolltest Arianna Kanne, du bist tot alter du Arsch Ja, ich hab alle drei Darf ich leben? Nö Ich lebe noch Ich auch Achso, achso Achso Lara, du musst dann noch Apfelsaft trinken. Mache ich. Danke. Dumm. Ich werde sterben und verrecken. 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 Und das geht nicht, das ist nett. Und jetzt noch ein Team, das werden wir never ever schaffen. Ein Hörsch. Wett freut mich. Drei gegen drei. Ich sag zwei. Drei gegen sie. Nein. Drei. Drei gegen drei, hä? Drei gegen drei, ja. Da müssen wir auch kommen. Bisschen Glück. Also Mathe, hattest du wohl keinen Erfolg, oder? Ja. Auch wenn ich strecke nicht mehr mehr. Boah, der ist so mies. Boah. Jungs, ja. Eppisch. Sehr schön. Wie ich den einen Schuss getroffen habe. Er so schreckt und dann war ich den epischen. So gefällt mir. Gute Lade schafft man das. Boah. Wird wohl nichts aus dem 30. Was? Wird wohl nichts aus dem 30 still. Wird knapp. 26 ist jetzt mein neuer Rekord. Wie viele haben wir denn insgesamt? Wie viele haben wir denn insgesamt? Viele. 36, 44, 46. Hör mit dir kurz auf! Hör mit dir kurz auf! Hör mit dir kurz auf! Hör mit dir kurz auf jetzt! Hör mit dir kurz auf! Ich glaub heute Abend auch so cool. Ja, mach mal. Wow, okay. Gute Ciao! Guck, gar nichts triffst du! Das war doch! Was war denn du? Oah! So knapp ey! Was für ein Black Panther-Skin? Was war das? Ich hab meine Hand so verkrüppelt, Junge. Alter. Wenn ich ein paar Jahre nicht an irgendwelchen Krankheiten in meinem Handgelenk leide, dann wundert mich das. Boah. Ein Duo, zwei Solos, Marc. Sehr schön. Ja. Das riecht doch nach'n ehemisch. Das riecht doch nach'n ehemisch. Ich mach'n epische mit Mr. Afronos. Dann kommt dann das best-of-twitch-Video. Oh, von oben! Sag'n jetzt weg! Noch einer! Hör mit! Hör mit! Hör mit! Hör mit! Hör mit! Oder hat gefressen! Oh mein Gott, ich bin so gut! und stimmst du zu oder der solo da kann es nur noch einer sein oh mein gott hätte gar nichts hallo leute hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es vieles von euren lieblingsstreamer und content creator t shirts turnbeutel hoodies und vieles vieles mehr geht auf den link in der video beschreibung und holt euch eure produkte hier gibt es jede menge schaut es euch an und kauft fleißig ein mc rossi shop alles was ihr braucht naja direkt cheaten ist das nicht wurde ich auch der erste jetzt bezeichnet als cheater in welchen hallo 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 Das muss ich unbedingt klippen ey, das ist so geil, das muss ich unbedingt klippen ey.